Hier sehen wir das Riobel Blanger. Das ist hier der Eindruck. Warten wir gerade hoch. Das ist direkt an der Rezeption. Hier ist das Haupthaus. Das hat neun Stockwerke. Und hier nebendran gibt es noch ein Seidhaus. Das hat vorne drei und hinten vier oder fünf Stockwerke. Ich würde immer empfehlen, im Nebenhaus zu kommen. Vorne ist die Hauptstraße und da ist es immer viel lauter. Ich bin der Hubert. Ich zeige euch das alles und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Heute schauen wir uns noch ein weiteres Rio Hotel an. Da zeige ich euch auch, was geht, was wir filmen können. Und wenn euch alles gefällt, unten auf Abonnieren gehen. Und dann seht ihr auch meine weiteren Filme. Bis dann. Ciao.